und damit herzlich willkommen zurück liebe leute bei call of duty modern warfare remastered im hier letzten stream definitiv weil da fehlen ja nur hier zwei trophies bis platin also 2 plus 1 so gesehen hier einmal dieses fernsehprogramm da mit den fernsehern mit dem fangen wir jetzt auch an dann gehen wir rüber zur fliegenklatsche und dann war es die platin erledigt so das hier holen wir es einfach noch schnell mal fix mit dass wir dann nächste woche gleich ja mit die games moment dark souls 1 remastered anfangen können eine remaster nacheinander ja aber egal hilft ja nix so ich habe nämlich schon mal vorbereitet hier ja zweimal dat ja natürlich auch pussy modus und es war wieder so schnell oder was was ist denn das scheiße gut dann noch mal nach wenn das screen noch nicht gesehen hat ziehen jetzt gleich noch mal so eine scheiße und doch so ein wird doch ja mach nix bitter mein bot hat ja kein idle timer so an der warte mal ganz kurz also ja 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 jedoch dankeschön so heute mit mvr gefangen okay das ist alles aber ich finde es geil so dann legen wir doch mal los ja letzte zwei trophies in den fernseher bin ich mal entspann ob ich jetzt tatsächlich dann alle erwischt oder ob ich mal wieder ein rosé durfte aber nicht funktionieren das ging mal bei twitch bis jetzt gerade dieses rotes im bürchen eingeführt haben was vor meinem stern da steht mit streamer und so weiter also eigentlich sollte es nicht mehr funktionieren oder ob du wieder looten kannst das weiß ich jetzt nicht ja kannst du mal machen ja probier mal jetzt kommt's hups streamer aus hier ist es ein gelang zum start abseilen los los all mein wort reagiert schon mal null bisher so alle klar druck zwei mit mir zum zielgebäude die vorkadestallungen errichten los da ist das zielgebäude tür auf der linken seite aufbrechen formieren hup 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 los ladies mal auf hä nö geht nicht sonst muss denn hier am bord dran stehen das geht nicht sonst kommt hier so eine amerikanisches äh quatsch so einen englischen text treiben hier er ist muted hier bla 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 und dann den spielernamen sicher äh das scheint nicht zu funktionieren jackson geh vor jackson wird eine blindgranate so all klar ok nö der timeout müsste ja theoretisch immer noch gehen oder laufen siehste äh ja theoretisch könnt ihr dann hier das ja ja warte es mal wieder auf den update von twitter oder so das ist wieder irgendwas verkacken hehehe dann könnt ihr es mich eventuell rausschmeißen hehehe ja ich glaube das waren nur hier die einzige fernseher ne der rest ist auch so weiter hinten oder ja gut hoi mein gott wir müssen alle personen überprüfen und so ala saad identifizieren hier ist er nicht saad kein zeichen von ala saad ja 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 hauptquartier hier rettendorf zielgebäude gesichert aber kein ala saad over verstanden over verstanden ach doch ich habe hier verfahren dass ala saad einen halben kilometer östlich von hier aus einer fernsehstation sendet wir gehen zu fuß hin und erledigen das paket dort bewegung hehehe ja 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 und das geht ja hehehe ja direkt hast ja ja wir haben ja hier groß nichts umgestellt du kannst theoretisch auch genauer differenzieren oder ja sogar extra mod channels einrichten dass du ja sicher einen eigenen chatkanal hättest ne bei mir hier im stream auch ich meine ja gut das ist ja das ist ja das ist so ich sag mal so schmerzen das hört sich ja aus recht mit einem jahr noch nicht ja 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 ist aber auch die kollekte wohl da guck mal auf hier zu schießen oh man danke ah halt ich warte 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 Das war ja... Das war ja... Ah ja... Da ist er! Äh... Okay... Na dann... Okay... Bewegung! Ziele auf freier Fläche! Ausstärkung! Wir bekommen Verstärkung! Eine weniger! Ah... Bei dem roten Aufruf! Es gibt uns! Nehmen Sie uns auf den Schuss! Wir bekommen Verstärkung! Eine weniger! Ah... Ah... So! Ja stimmt ja! Selbst hier bei dem Motor Warfare Remaster noch nicht! Das ist ja das echt was sich hier wundert! Das hier da... Noch nichts groß irgendwie... Was ich da ja... Wir bekommen Verstärkung! ... 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 Die auch? ... ... ... ... ... Oh Da geht es eigentlich auch So, bestimmt hier Mist Schade Gut und egal Ach ja, no So, diesmal lieber Also vorher eigentlich haben, ne Ja Die vier Wände hier Ist weg Auch, no Gut, alle klar Na komm Ja, da kommen unsere Jungs Siemens, ja die Tore Kein Zeichen von Al-Assad, Sir In Ordnung Einfallen Marines Ganz ruhig Ja genau Das ist theoretisch Die letzten, ja Ja Die letzten, denn das hier In dem Raum da Da bin ich mal gespannt Ob ich da tatsächlich Eierwischt hab Na Na Kommt Ladys Los Kommt Her Jetzt Warte Den Schuppen Auf Hallo Jungs Ich bin Elektriker Ich glaube er ist da drin Ich hör ihn Und los Äh Sicher Sicher Ungesicher Schleife Das ist eine Aufzeichnung Ja Eins zu null Für die militärische Aufklärung Riggs macht den Scheiß aus Verstanden Ich habe eh was besseres Kommando Hier Red Dog Ein Zeichen von Aller Dankeschön Sehr nice Gut Äh Jo Speichern Ende Alle klar Ab zum letzten Äh Äh Hitze 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 Da Oh Oder Immer noch ein bisschen langsam Ja passt Gut Ach Tenis Ah cool Höchstens in einer halben Stunde Käpt'n Price Nicht gut Dann sind wir schon 10 Minuten tot Jeder Ultranationalisten Psyche In Zakajews Tasche Wird hier auf So Zum Bode Bei Tesu Ja wie sie Gerne Dann da ist Weil die kommt Da aus Frühstens 13.30 Uhr So Dann hat er noch Hier Äh Nochmal Trophäe Holen Dann nehme ich Hier eine Daily angenommen Mit Wexgoldturm War hier Noch nie So Machen wir halt Hier die andere Trophäe Auch nochmal So Na kommt Woop Ach ja So Sie vernebeln die Sicht Max Kannst du etwas sehen Nicht viel Bewegung Auf der Straße Sie könnten nach Westen gehen Erwischt Gott Na kommt schon So Warten wir noch ein bisschen Was Das Das habe ich jetzt mal Vollkommen ignoriert Die dämliche Granatenwerbung Werbung Warnung Ja So Bei dieser Minigun Los Sie ist an der Wuchschäuber Wack befestigt Wir haben hier ein Problem Achtung So Ich habe nämlich keine Ahnung Wo diese Granatenwerfer sein sollen Außer an irgendeiner Mauer Aber hier wohl nicht Da ist ja irgendwo hier vorne Über dem Feld Da irgendwo was 3, 2, 1 Oh Action Ah ja So So Ach da Oh Leute Könnte ich die ja beim letzten Mal wieder sehen Was Äh Ich glaube das war nichts Sie glaube ich alle 3 treffen Selber treffen Oder wie Oder was Keine Ahnung Äh Okay Ja Dachte ich mir jetzt gerade auch Naja Ich kriege es irgendwann noch hin Los Los Oh Okay Ich kriege es irgendwann noch hin Ja Stimmt Den Ballermann aus dem Sack zu holen Oh Gott Echt jetzt Alter Scheiße Ich kriege es irgendwann noch hin Ja Ja Predator Ja Einfach nur geil Im Ernst Wow So Zwei Stunden später Was Das muss ich aus Wehkriegen So als Einmal Pilot Dass du genau dann Hochziehst und so runter Und wieder Dass die schöne Rakete drüber Jetzt nicht runter ist So Die Javelin ist in der Scheune Los Los Ha Die Javelin ist in der Scheune Los Los Hm Boah Das ist die extreme Zeitverzögerung Hier an dem Spiel Hä Hör mal auf da drüben Was ist denn das Ha Bliegelatsche Ja nice Na Danke So Dank euch Platinen Auf jeden Fall schon mal hier Vielen Dank Na An Mark Für Ausländen des Spiels Sehr geile Sache So Das haben wir Das war's Das Ding ist Platin Läuft Nochmal ein mehr haben wir Als hier 196 Platin So So Dankeschön Na Dankeschön Dankeschön So So Passt Da siehst du Der Fliegelatsche War gar nicht mal so einfach Wie das hier Äh Tag Elias Ja Nächste Platin Das ist los Alle Klärchen So War ich nämlich jetzt hier bei Endless Cross Online Da war er jetzt hier irgendwo Das heißt nicht mehr genau Was das lief Nein Nein Gipfel Schubberuferin Können wir theoretischer machen Das ist der Trophy War hier auch noch nicht drin Das ist das einzige auch noch mit dem Ach hier ist Morrowind By the way Die Trophäen Ne Holger Hast du ja letztens hier alles gehabt Na Da Mit Champion Wiebeck Und Retter Morrowind Na Äh So Ist das auf der Höchst Ne Wo waren das dann Ne Es gibt keinen Sinn Dark Brotherhood Das weiß ich auch nicht Aber es ist Arsenium Oder Ne Malstrom Arena Hä Wo habe ich denn das gesehen Ne Auch nicht Ja Schubberuferin Das ist klar Ist das auch noch Nein Hä Hm Ja Da habe ich keine Ahnung Was ich dachte Ich habe das da irgendwo gesehen Äh Naja Dann keine Ahnung Wo das war Ist gilt Gibt auch keinen Sinn Ja Genau Endless Chorus Online Switch jetzt gleich da wieder um Na Weil das ist ja Platin Und dann ab Montag Ist Dark Souls 1 Remastered Na Das nächste ausgeliehenes Spiel Ja Von euch Ich habe echt keine Ahnung Wo das sein sollte Aber haben wir ja Das ist schon hier drin Blutgeilschmiede Da ist sie doch Ne War ja was anderes War ja Falken Augen Dingsbums Ach Keine Ahnung Müssen wir gleich mal gucken Ja Ja Das Ding ist auf jeden Fall Platin Na Äh Das war es hier Und Da wollte ich jetzt weinen Hier mal kurz den Stream aus Switch wieder um hier Auf Elders Chorus Online Ja Also das hier Und dann machen wir hier Noch eine Runde weiter Und ja Schauen wir mal Wie weit wir jetzt da Diesmal dann kommen Ja Auf jeden Fall halt Normale Verliese Durchlaufen Bis hier Anna da ist Und dann hier Diese offenen Verliese Durcheiern Weil es dann zu zweitwässig Angenehmer ist Wie alleine Vor ja jetzt gesagt 15 Stück Pro Fraktion 5 Sind es ja Offene Dungeons Ja Die muss ja hier auch Gut durcheiern Für die Platin Dann Oder ja Schauen wir mal Auf jeden Fall soweit hier Was ihr CODM Remaster betrifft Vielen Dank fürs Zuschauen Na Und eventuell halt Bis gleich Oder halt Bis denn Tschüss oder bis gleich Tschüss oder bis gleich